Hallo, mein Name ist Daniel, ich bin 17 Jahre alt und geboren am 23. Juni 1995. Auf Brain Gaming TV mache ich seit einem Jahr Kommentaries rund ums Thema Gaming. Ich spiele auf der Xbox und auf dem PC und meine Lieblingsspiele sind dabei Call of Duty, League of Legends und GTA San Andreas Multiplayer. Ich hoffe euch gefällt mein Kanal und würde mich echt über jeden Abonnenten freuen, denn ich freue mich euch zu unterhalten und hoffe, dass wir weiterhin viel Spaß zusammen haben werden. Bis dahin, haut rein, euer Brain.